Das Laub baut auch noch ein wenig. Ich weiß nicht, ob ich die Fackeln hier noch stehen lassen soll. Damit die Birken vielleicht doch schneller wachsen. Diesmal habe ich nur zwei Sublinks bekommen. Was ist hier los? Was ist an Life in Woods so anders? Ja. Im normalen Minecraft hat man einen Haufen Saplings für alle möglichen Bäume eigentlich bekommen. Eichen sowieso und Birken-Saplings hatte ich da auch immer viele. Viele. Auf jeden Fall mehr als ich Birken abgeholzt habe. Und hier tue ich mich gerade ziemlich schwer überhaupt meine Birken zu vermehren. Ihr erinnert euch, ich habe da oben die eine nur mal gefällt. Und die hat drei Staplings gegeben, um sie selbst wieder zu pflanzen und um zwei neue zu machen. Und jetzt hatte ich letztens so lange gespielt. Und wir haben gerade mal fünf, fünf Birken, die hier wachsen. Lausige fünf Birken. Mehr noch nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es mehr wird. Oh. Unser Eisen ist fertig. Okay. Ähm. So. Gleich wir ein bisschen Kohle machen. Kohle benötigt man ja auch. Was haben wir denn gern Weizen? 107. Ähm. So. Und so. Und so. Hier drüben fällt es nicht ganz so auf. Hier drüben fällt es nicht ganz so auf. Ich will es einfach aus ästhetischen Gründen haben. Das lasse ich mal. Ich will einfach da drüben alles noch schön voll mit Weizen haben. Und dazu muss man es noch vermehren. Ein wenig. Auch wenn das jetzt für Setzplay ein bisschen langweilig ist. Was wir. Ich denke mal. Ich sollte vielleicht bei Gelegenheit mal. Eine Höhlentour wäre ganz angebracht. Einmal um ein bisschen Abwechslung zu bekommen. und zum anderen um vielleicht noch ein paar Rohstoffe zu finden. Und dann sollte ich vielleicht auch mal gucken, wie denn das nochmal mit den. Ähm. Sag schon. Sojabohnen funktioniert. Damit ich daraus vielleicht ein paar leckere Burger machen kann. Damit ich nicht jedes Mal irgendwie hier die Kartoffeln oder Brot futtern muss. Außerdem geben ja Burger mehr Nahrung zurück. Cheeseburger in so einer Sache. Ähm. So. So. Krümel unter der Maus. Was soll denn das? Kennt ihr das, wenn Krümel unter der Maus sind? Du schiebst das Mäuschen auf deiner Unterlage hin und her und auf einmal so guuuuut. Merkt ihr, wie sich irgendwelche kleinen Krümel drunter wegrollen? Oder wenn man einfach nur irgendein Krümelchen am Finger hat und man zigmal versucht den weg zu machen. Und der doch immer wieder da ist. Total nervige Sache. So, hier macht sich dann mit dem Ernten noch dann doof. Ich habe schon gemerkt, wo ich hier mit der Hohe drüber gegangen bin, ehe man hier immer jede Ecke so erreicht. Das ist einfach. Apropos Hohe. Und sie liegt zu Hause. Ein Feld hat der Mann vergessen. Hey. Na. Außerdem habe ich eine neue Maus. Ich musste mir tatsächlich eine neue Maus kaufen. Das Problem bei der alten war, die war auch erst anderthalb Jahre alt. Gut, das war jetzt nicht das Problem. Aber ich hatte schon von Anfang an gemerkt gehabt, das Scrollrad hat auch nicht so hundertprozentig funktioniert. Es hatte manchmal so die Anwandlung, man hat irgendwo zum Beispiel hochgescrollt und dann das Rädchen noch mal minimal bewegt gehabt. Und da ist man gleich wieder ein Stückchen runter gesprungen. Und vor nicht allzu langer Zeit, ähm, jetzt in den letzten... ähm, wie war denn das? Vor vier Wochen oder so? Vor drei Wochen. Habe ich es bei Dead by Daylight gemerkt, ähm... Die linke Maustaste hat nicht mehr funktioniert. Nicht richtig. Sprich, bei Dead by Daylight hat sich äh... geäußert, indem man... ähm, zum Beispiel wenn man... Die Generatoren muss man ja anklicken. Und eine Weile geklickt halten. Und die Maus hat da immer wieder zwischendurch losgelassen und wieder geklickt und wieder losgelassen und wieder geklickt. Obwohl man mit dem Finger eigentlich permanent drauf gewesen ist. Hast du gesehen? Hier unten drunter ist der Eingang zur Höhle, weil das hier offen war. Ja, weil... ähm, weil das eben dann doch irgendwo nervig wurde... äh, hier ist mal irgendwo eine Position zu finden, wie die Maustaste permanent aktiviert bleibt. Und der sowieso noch garantiert drauf war... Bin ich vor dem Wochenende bei dem... Bei dem Elektroladen herangefahren, wo ich sie her habe. Ein großer deutscher Roter. Gut, ob er deutsch, das weiß ich nicht. Ein großer Roter. Äh, Garantie war, wie gesagt, und... Wir haben ganz problemlos die Maus zurückgenommen. Auf die Schnelle hatte ich keine... ne gute Alternative gefunden. Also, erstmal Geld genommen und dann war ich jetzt am Montag nochmal gucken. Und jetzt habe ich ein neues Mäuschen. Die... Steel Series Rival 100. Gut, ist jetzt auch nicht mehr das neueste Modell, aber... Das Mäuschen ist weiß. Also, unten schwarz oben rum, äh, weiß. Und... War... Ausstellungsstück. Dadurch habe ich sie für 27 statt für 34 Euro bekommen. Und bis jetzt bin ich auch ganz zufrieden mit dem Ding. Ich bin da jetzt auch weniger nach den, ähm... Eigenschaften von der Maus gegangen. Also nicht, äh, nicht überwiegend jetzt nach irgendwelchen... Besonderheiten. Ich dachte einfach, ja, Steel Series. Passt zu meiner, äh, Laptop-Tastatur. Ist auch eine Steel Series. Hat, äh, dementsprechend mit Beleuchtung. Einstellbar und dachte ich, gut, da passt die Maus dazu. Da kann ich, äh, kann ich direkt auch die Farbe, Leuchtfarbe und sowas mit einstellen. Ja. Hab ich nix gegen einzuwenden. So. Gut, ich würde sagen, das, äh, Weizen-Zölk, was hier steht, lasse ich erst mal stellen. Wenn wir hier jetzt schon wieder ganz schön weit gekommen. Achso. Und dann werde ich wahrscheinlich hauptsächlich den Weizen von hier hinten verwenden, um die Fläche hier zu vermehren. Oder... Oder ich könnte natürlich auch vorne nochmal abernten und den verwenden. Ach, guck mal hier. Da würde ich sagen, das, was wir noch nicht, ähm, voll haben im Lager, kann ich noch aber ernten. Also nochmal Kaffee mitnehmen, nochmal Tee mitnehmen. Wobei... Ich lass es doch nochmal wachsen. Hm. Mist. Wobei, wann kommt denn die Folge raus? Kommt da glücklich alles? Nächsten Montag. Ähm, bis dahin kann ich ja Minecraft nochmal ein bisschen spielen. Denn ich möchte gern, äh, äh, für das Thumbnail ein schönes Bild. Ah! Entschuldigung. Ein schönes Bild hier von dem Dörfchen machen. Wo alles schön zugewachsen ist. So, mal eben das. Dort. Das dort. Dies und das und jenes. Äh, haben wir hier vorne. Haben wir da. Kaffeehark. Und Kaffee haben wir da. Wieviel haben wir an Kaffeehark? 112. Pineapples können wir noch für ne Menge machen. Und Blackberries. Karotten waren voll, äh, Potatoes sind auch voll. Scallion gehen noch und Tealeafs haben wir ja auch fast voll. Muss ich bald wieder ein paar neue Dinger machen. Ich wollte mir sowieso hier noch einen Keller unter die Hütte bauen. Ich hatte überlegt, der Hütte eine Eisentür zu geben. Ähm. Eine Eisentür dran bauen und einen Carpenter-Sensor. Der nur auf mich reagiert. Damit hier keine Dorfbewohner mehr in mein Häuschen reinkommen. Weil, wer hat schon gerne, äh, fremde Leute in seinem Häuschen. Ich denke mal, wollt ihr auch ungern haben, dass irgendjemand bei euch durch die Bude stiefelt. Dementsprechend möchte ich das auch nicht haben. Mir tut gerade das Genick ein bisschen weh. Hocke ich ja so scheiße rum? Mal bequem hinhauen. Mal bequem hinhauen. Ich könnte mal, äh, überhören. Da ist Kabel zu Ende. Professionelle Vorbereitung, wie immer. Ich glaube, wir sind es nicht anders gewöhnt. Besser gesagt ich, du, wie auch immer. Mal eben. So. Ein Kopfkissen, einen Stuhl rein gemacht. Achso. Hey.